Wir sind jetzt hier in Hamburg. Es ist verschieden Wetter, aber die Verpflegung hat gestimmt. Ich rede nicht mit dir. Ich rede mit meiner Kamera. Es ist zwar Hamburger Wetter, Regenwetter, aber die Verpflegung hat gestimmt schon mal. Die Kieler haben ein schön neues Geschirr bekommen. Das passt zu ihren schönen, orangenen Augen. Die Kieler, guck mal. Das passt zu deinen schönen, orangenen Augen. Und zu deinen schönen, schönen braun-roten Fell und mein Peter-Fox-Gedächtnis-Bahn. Guck mal, wie es hier runter macht, ey. Regen total. Aber wir sind auf alle Schwierigkeiten vorbereitet. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier einen Survival-Trip machen. Camping-Survival-Trip. Das heißt natürlich, zusehen, wie man sich ernährt. Draußen pennen und sich durchschnorren, auf jeden Fall. In diesem Sinne, checkt's mal aus. Bleibt mal dran. Plauzt wieder an Tour. Plauzt wieder in Hamburg. Und mal sehen, was da alles passiert auf der Reise. Mal sehen, was da alles passiert auf der Reise. Ja, ja.